Die Kernaufgabe unserer Arbeit ist es, unsere Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Immer wieder knüpfen wir Kontakte mit regionalen Unternehmen, um praxisnahe Kooperationsprojekte anzubahnen. Die Betriebe wiederum bekommen Gelegenheit, ihr Ausbildungsangebot in der Schule vorzustellen. Die erste große Hürde in die Arbeitswelt ist es, sich richtig zu bewerben. Hier unterstützt uns Paul Engelmann von der AOK mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler auf die Bewerbungssituation vorzubereiten. Kern der Berufswegplanung sind die mehrfachen Praktika, in denen unsere Schülerinnen und Schüler an die regionale Arbeitswelt herangeführt werden. Im Idealfall werden sie bereits im Praktikum, vollständig in den Arbeitsprozess mit eingebunden. Du gehst deinen Weg, hast kein Ziel, aber bleibst dich still. Du gehst dein Weg, hast kein Ziel, aber bleibst dich still. Du gehst dir zum Himmel, wenn du eigentlich tot leibst und gewallst du dein Weg. Du gehst elves an den Weg. Du gehst auf, dein Weg.